Hi Leute, ich begrüße euch auf dem Montagabend mit einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen und hattet einen guten Start soweit. Jetzt habe ich mal wieder etwas Neues für euch und zwar diesmal für die Shakira-Fans unter euch. Die meisten Shakira-Fans freuen sich ja sicherlich schon, weil bald wird Shakira ja wieder auf Tour sein. Nur leider gibt es wohl auch, wie es aussieht, eine Nachricht, die nicht ganz so schön für die Shakira-Fans sein werden. Zumindest die nicht, die bisher immer so früh über ihre glückliche Ehe sind, weil mit ihrem Mann Gerald ist Shakira ja bereits seit sieben Jahren, nämlich seit der WM 2010, wo sie sich in Südafrika kennengelernt haben, zusammen. Inzwischen haben die beiden ja auch zwei Söhne, Milan und Sascha. Nur, wie es aussieht, gibt es jetzt wohl Trennungsgerüchte, was genau dran ist, ist wohl eher noch offen. Nur ursprünglich hat er wohl immer das Peace-Zeichen gemacht. Während des Spiels, immer wenn ein Tor gefallen ist, auf die Knie gefallen hat, immer schön Peace. Und neuer Dings zeigte aber leider nur noch den Mittelfirmen, das werde ich jetzt hier nicht machen. Aber das soll wohl angeblich einer der Gründe sein. Ob das so stimmt oder nicht, ist immer noch eine andere Frage, aber laut Presseberichte wohl schon. Und dazu kommt wohl auch, dass er angeblich nicht mehr in der gemeinsamen Villa wohnt. Das kann natürlich durchaus das bedeuten, nur da ist natürlich auch die Frage, inwieweit. Auf jeden Fall, wenn was Neues dazu rauskommt, werde ich ein neues Video dazu machen, damit ihr auch weiterhin auf dem Laufland seid. Und bis dahin sage ich mal Peace und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.